Erlebe Faszination mit Richard Brandstätter, das Reiseunternehmen in Ödöling. Reisen, Kurztrips, Tages- und Kulturfahrten. Nutzen Sie das Frühlings-Sommerprogramm 2017. Von 25. bis 28. März führt die Reise nach Belgien, eine Jungfernfahrt, bei dem der Reisebus direkt vom Werk van Hool abgeholt wird. Erleben Sie Albanien, ein Land voller kultureller und landschaftlicher Schätze von 18. bis 27. April. Und von 6. bis 12. Juli geht es nach Spitzbergen in das Land der Mitternachtssonne zu den Fjorden und Gletschern der Arktis. Anmeldungen unter 0676 95 10 201 oder an office.rb-reisen.at Mehr zu den aktuellen Reiseangeboten finden Sie unter www.rb-reisen.at